Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist der Doc. Ja, schön, dass Sie da sind. Heute möchte ich einen kleinen Rückblick machen auf meine im letzten Jahr stattgefundenen Vorlesungen, Seminare, auf ein paar kleine Ausschnitte und Experimente, die besonders witzig und verrückt waren und auch aus den Vorträgen. Und insofern herzlich willkommen dazu. Und so können Sie mich vielleicht kennenlernen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie sich in die Liste eintragen hier. Doc, wunderbar, gmail.com. Das landet direkt in meinem Sekretariat. Und dann kommen Sie in den Verteiler und werden auch eingeladen zu meinen Veranstaltungen der verschiedensten Art. In diesem Sinne herzlich willkommen. Hier ist erst mal der Philosoph und der Doktor der Philosophie, Dr. Markus Schur. Und Doc, wunderbar bin ich insofern, weil ich wirklich viele Dinge wunderbar spannend und interessant finde. Ich bin ein Philosoph der Freiheit. Mich interessiert es, frei und ungezwungen zu leben. Dabei unterscheide ich aber die äußere Freiheit. Da geht es um Macht und Geld und Einfluss. Und dann gibt es die innere Freiheit. Und das ist sozusagen das, was mein ganz großes Thema ist. Und da geht es um die Frage nach der, ja, wie wir glücklich werden können. Ohne innere Freiheit nützt einem das beste Geld und die größte Macht nichts. Dann bleibt man trotzdem ein hilfloses Kind und hat keinerlei Kontrolle über sein Leben und über seine Ziele und Dinge, die man erreichen möchte. Sondern dann muss alles zufällig kommen. Und das ist dann doch ein bisschen schwierig. In diesem Sinne herzlich willkommen und lassen Sie uns gleich loslegen, damit das hier kein Riesending wird. Ja, gutes Leben, das ist natürlich das, was speziell aus der inneren Freiheit kommt, war ein großes Thema in diesem Jahr. Ganz besonders gut ankam mein Vortrag und auch mein halbes Seminar in diesem Bereich. Es gibt nämlich, die Philosophen waren sich 600 Jahre lang einig, so von 400 vor Christus bis 200 nach Christus, dass wir Menschen eigentlich drei gute Arten haben oder eigentlich zwei Arten haben, wie wir gut leben könnten. Nämlich, indem wir leben wie ein Hund oder leben wie eine Katze. Und wenn wir das nicht tun, dann leben wir automatisch wie ein Narr. Und jetzt können Sie ja mal raten, wofür die Menschheit sich in der Mehrheit, in der großen, großen, großen Mehrheit entschieden hat. Klar, für das närrische Leben. Jetzt sollten wir ja dann aber wenigstens jeden Tag glücklich sein. Und das gelingt uns ganz und gar nicht. Und das haben die Philosophen damals schon ganz genau erkannt und haben gesagt, das Narrische führt zu Unglück. Und zwar ganz egal, wie es ist, weil sie eben keine innere Freiheit enthält. Gut, damit sind wir schon mittendrin in dem ganzen Spiel. Und eine der interessanten Experimente war, dass man alle unsere Gefühle mit einer Zitrone ausdrücken kann oder dass sie dort angedockt sind. Also entweder sind sie super sauer. Das ist, wenn sie so eine frische Zitrone in den Mund träufeln. Oder aber sie träufeln Zitronensaft über Erdbeeren, über frische Süße. Und dann kriegen sie eine super Begeisterungsorgie im Mund. Ja, also von der Begeisterung bis total sauer sind alle Gefühle drin. Und wenn sie die dann aufschneiden, dann kommen sie noch die ganzen anderen Gefühle dabei raus. Also mit einer Zitrone kriegen sie praktisch alles hin. Von super zornig bis verheult. Ja, alles ist machbar. Und insofern war das eine der großen Überraschungen in diesem Jahr. So, dann haben wir natürlich wie immer nach dem Glück auch direkt gesucht, hier mit dem Furchur. Und da haben wir so viele spannende Experimente gemacht, dass man gar nicht mehr weiß, wie das entlaufende Glück, das ungepflückte Glück, wem wir so alles begegnet und nachgejagt sind. Und die meisten haben doch ziemlich erstaunt geblickt über die Abenteuer, die man mit dem Thema machen kann. Gibt demnächst auch wieder an der Universität des Dritten Lebensalters. Im Herbst gibt es dazu ein Seminar. Sollten Sie unbedingt teilnehmen, das wäre genial. In diesem Sinne, hier sind Sie damit schon eingeladen. Ja, und dann in diesem Jahr hatten wir unter anderem auch diese erstaunliche Realität, dass über 60 Prozent der Deutschen sich oft tagelang weder angenommen noch geliebt erfüllen, geliebt fühlen. Ja, das ist schon ein kleines Wunder. Sie sind am Nord, auf der Nordhalbkugel in Europa geboren. Ja, damit haben Sie schon automatisch glückslos gezogen. Das ist so wie ein Sechser im Lortemont. Ja, Sie haben nämlich eine viel längere Lebenserwartung, eine bessere Grundversorgung und Sie müssen wahrscheinlich nicht wie auf der Südhalbkugel mindestens tausend Tage erleben, wo Sie nicht wissen, was Sie am nächsten Tag zu essen haben und ob Sie überhaupt was zu essen haben. Also wir haben eigentlich schon das glückslos gezogen, aber wir sind trotzdem eben häufig nicht in dem Gefühl, dass wir uns geliebt und angenommen fühlen. Und woran liegt das denn? Da gibt es eine neue wissenschaftliche Studie und die fragt, ist das denn Stress? Sind wir denn nur verwirrt? Ja, vieles spricht dafür, dass wir extrem verwirrt sind. Ja, ganz wahr würden die alten Philosophen sofort unterstreichen. Ja, oder liegt es an unserem geringen Selbstwertgefühl? Ah, es fällt uns so schwer, uns nicht mit unserem inneren Kritiker selber dauernd in die Pfanne zu hauen und so rennen wir den ganzen Tag mit diesen leisen Stimmen rum, die uns erzählen, du bist nicht gut genug. Also das schaffst du ja nie. Und wenn wir irgendeine Kleinigkeit falsch machen, kommen all die Stimmen wieder in uns hoch. Ja, und also es ist schon, wenn man das mal vor außen sieht oder also wenn wir zugucken könnten, wie jemand anders das machen, würden wir einen ganz schönen Lachkampf kriegen. Und das wäre auch ganz gut, wenn wir schon mal außer uns gingen und von außen betrachten würden, was wir da tun, dann würden wir schon ganz schön merken, Mann, wir hauen uns ja ganz schön selber in die Pfanne. Und was kann man dagegen tun? Da war zum Beispiel ein Tipp, einen Selbstverteidigungskurs machen, aber auch einen, wie man sich im Internet selbst verteidigt. Sehr spannend und solche Dinge haben wir dann ausprobiert. Das ist so typisch, der Doc. Ja, also Dinge zu machen, die einfach uns helfen und zugleich uns zum Denken anregen. Ja, und dann haben wir manchmal Regeln, warum wir nicht glücklich sein dürfen. Und wir haben dann mal geübt, grundlos glücklich zu sein. Das sind vielleicht Herausforderungen, aber mit mir ist das immer klasse, weil da gibt es eine Menge Humor und eine Menge zu lachen. Ja, was genau hilft uns denn nun? Als Philosoph muss man natürlich immer ganz genau fragen und wir wissen, was muss ich bei mir selber besser erkennen? Denn Philosophen glauben ja immer, dass die Probleme damit liegen, dass wir uns nicht genug selbst erkennen. Also erkenne dich selbst. Hat schon in Delphi gestanden, steht hier hinter mir an der Wand. Das sind die sieben Sprüche von Delphi, die Sie hinter mir sehen. Und insofern, da fing alles an, da läuft alles hin. Sommersemester online bei mir an der U3L, machen Sie mit. Und natürlich machen wir dann immer Experimente. Wie klappt das nun? Verwirrung oder nicht Verwirrung? Und wie kriegen wir Klarheit? Und solche Geschichten. Hier zum Beispiel ein kleines Rätsel. Auf welchem Parkplatz steht denn nun dieses gelbe Auto? Zwischen 06, 6888 und 98 irgendwie. Wie heißt denn nun der Parkplatz? Welche Nummer hat der denn? Okay, Sie überlegen selber, dann kriegen Sie das auf die Reihe. Aber Sie sehen, die kleinsten Dinge können uns schon in Verwirrung versetzen. Und das ist ja auch kein Wunder. Wir sind ja dauernd überfordert. Und da ist es kein Wunder. Und da sollte man dann manchmal zurückfragen, lohnt es sich denn überhaupt zu denken? Also ich habe ja viele Menschen momentan, die sind sich nicht mal sicher, ob es sich lohnt zu streiten. Ob es sich lohnt zu diskutieren. Und sie haben dann irgendwie gelernt, dass sich das nicht lohnt. Bei mir ist es anders. Ich weiß, wir können nicht mit meiner Frau, wir können eine Stunde lang streiten. Aber plötzlich, plötzlich tut sich die Tür auf und wir haben den Gain, wir haben den Gewinn davon. Wir erkennen etwas gemeinsam und sagen, hey, cool. Das machen wir jetzt. Okay? Ja? Und das ist das, was ich hier auch in meinen Vorträgen, Seminaren und so weiter gerne mache. Ihnen die Chance geben, die Tür mal aufzumachen. Also, Sie haben inzwischen bestimmt überlegt, der Hauptgrund, warum wir denken sollten, ist, hmm, Dale Carnegie? Dale Carnegie? 1944 oder 1943 hat Dale Carnegie ein Buch geschrieben, Sorge, die ich nicht lebe. Und da wird schon behauptet, dass 90% unserer Sorgen entweder in der Vergangenheit spielen und deshalb sinnlos sind oder 40% in der Zukunft, die wahrscheinlich nie eintritt. Also insgesamt 90% praktisch völlig sinnlos sind. Haben wir natürlich geprüft im letzten Semester. Habe ich in meinen Vorträgen, habe ich schöne Übungen dazu. Und Sie können ja mal raten, wie es ausgegangen ist. Eins kann ich Ihnen schon verraten oder jetzt verraten. Es lohnt sich, wenigstens so viel zu denken, damit man die sinnlosen Sorgen von den sinnvollen Sorgen trennt. Okay? Schon allein das würde es dicke lohnen, sein Gehirn einzusetzen. In diesem Sinne, ja, bleiben wir noch beim Schluss beim Bohemar. Was haben die Leute nicht schon über die Folie mit mir gelacht? Das ist, es gibt eine ganze Serie von solchen wunderbaren Folien. Aber hier habe ich eine einfach mal mitgebracht, weil es ist schon spannend, wenn wir uns Menschen mal von außen betrachten, wie wir dann wirklich agieren. So unter 50 kümmern wir uns darum, ein Held zu sein, Karriere zu machen, Einfluss zu gewinnen, Macht zu haben. Die Frauen gerne, um die Schönheit zu ringen und die Männer, um schneller, weiter, besser zu sein. Und dann wollen wir natürlich alle irgendwie reich sein. Und dann gerade diese übertriebene Konzentrierung führt dann zu ganz komischen Effekten, sobald wir über die 50 so ungefähr gerutscht sind. Plötzlich wollen wir gesund sein, weil das mit dem Held sein haben wir übertrieben. Das mit dem Karrieremachen und für andere gut aussehen, also großes Haus, ein bisschen zu groß gebaut. Kinder sind schon lange weg, jetzt müssen wir aber die Schuldentilgung hinkriegen. Ja, und dann ist überall knappstes, die Schönheit, das muss schneller sein. Jetzt versuchen wir wenigstens den Status Quo zu halten. Ja, und da das uns alles aber eigentlich total überfordert, machen wir nicht das, was wir vielleicht jetzt tun sollten, nämlich vereinfache, nachdenken, neu organisieren, sich neu festlegen. Nein, wir sehen uns einfach danach spurlos zu verschwinden. Ja, so ist es. Okay. Und das ist natürlich, ja, sie erinnern sich an die Katzen. Es gibt nämlich wirklich eine Philosophengruppe, die sich die Katzen nannte. Das sind die Kyrenäiker mit Aristippus als Erstem. Und dann gibt es die Hunde. Das sind die Kyrenäiker mit Diogenes als Erstem. Ja. Und die beiden würden jetzt so über uns lachen und sagen, genau das macht ihr. Am Ende seid ihr so verwirrt, dass ihr noch spurlos verschwinden wollt. Neues Leben, möglichst auf einer fernen Insel, ohne alle. Ja. Danach seht ihr euch dann. Aber es ist das Ergebnis eurer Entscheidung, euch nicht wie ein Hund oder wie eine Katze zu verhalten, sondern wie ein Narr. So, damit haben wir es doch schon ganz schön durch. Mein Hundeberater ist Paulinchen, unser Hund. Und hier sind wir zusammen am Meer, wo wir Glück finden. Man sollte es nämlich nicht suchen, sondern finden. Und vielleicht am Schluss noch eine sehr schöne Sache. In all dem Durcheinander vergessen wir sehr häufig, wie wertvoll gute Beziehungen sind. Und wenn wir gute Beziehungen einmal so Probleme damit kriegen, dann verlernen wir das Allerwichtigste, einen Join ab. Nämlich, dass zwei Menschen wirklich auf eine Welle kommen. Und bei den Pferden gibt es das, da läuft das Pferd erst im Choral herum, also in dem Rund herum an der Leine und dann wird es losgelassen und das Herrchen dreht sich ab, ja, und guckt in die andere Richtung. Und wenn das Pferd dann von hinten ganz langsam kommt und über seine Schulter kommt, dann haben die beiden wieder eine Einheit gefunden. Und ich mache das mit meinem Hund. Wir beide nähern uns Millimeter für Millimeter, bis dann irgendwann unsere beiden Stirnen, ne, das ist doch super, ne? Ja, unsere beiden Stirnen sich berühren, aber dann sind wir wieder auf einer Wellenlänge. Das ist ein Join-up. Und das sollten wir doch eigentlich mit all den Menschen, die wir lieben, auch beherrschen, oder? Das haben wir trainiert dieses Jahr und das wird auch eines der großen Themen für 2023. In diesem Sinne lade ich Sie herzlich ein, dabei zu sein bei den wirklichen Abenteuern des Lebens. Bis bald, euer Doc. Doc. Ja, hier nochmal das Dankeschön an euch. Das waren die magischen Momente von 2022. Und bitte meldet euch doch mal auf meinem Verteiler an docwunderbar at gmail.com. Dann wird mein Sekretariat euch diese, das bestätigen. Und wenn ihr mal eine Mail kriegt, kann man sich immer am Ende der Mail oder indem man die Mail zurückschickt auch wieder abmelden. Gar kein Problem, bei mir gibt es keine Massenmails. Höchstens eine Mail im Monat. Höchstens mal zwei, wenn es was ganz Besonderes gibt. So, und insofern herzlich willkommen und ich hoffe, Sie haben Spaß dabei. Am Schluss noch mein Jahresmotto fürs nächste Jahr, für 2023. Seien Sie realistisch und planen trotzdem ein Wunder. In diesem Sinne bis bald, euer Doc. Tschüss. Ja, das war es. Vielen Dank.